Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Petra Wendt. Ich bin Heilpraktikerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie in München und neben der Praxistätigkeit bin ich als Dozentin für die Paracelsus-Schulen tätig. Ich möchte Ihnen heute den Kurs Fantasiereisen und Meditation vorstellen. In diesem Seminar lernen Sie Entspannung mittels Fantasiereisen kennen. Dies sind innere Reisen, wo wir lernen loszulassen und dabei unsere Vorstellungskraft nutzen. Im Teil der Meditation lernen Sie vielfältige Meditationstechniken kennen, die zum Beispiel den Atem benutzen, aber auch bewegte Meditationsformen. Im Seminar lernen Sie sowohl selber mittels dieser Übungen zu entspannen, als auch die Übungen anzuwenden, um sie an andere Seminarteilnehmer weitergeben zu können. Die Methoden lassen sich ganz einfach auch in unserem Alltag anwenden und speziell die Fantasiereisen sind wie ein kostengünstiger Urlaub. Dieses Seminar richtet sich an Therapeuten, die diese Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis weitergeben möchten, auch im Einzeltraining, aber natürlich auch für Gruppen, genauso wie Seminarleiter im Entspannungsbereich, aber auch an jeden interessierten Laien. Ich arbeite als Heilpraktikerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis in München und bei mir kommt sowohl die Naturheilkunde, die sanfte Naturheilkunde wie Bachblütentherapie, Homöopathie und auch die Pflanzenheilkunde zum Einsatz, genauso wie vielfältige psychotherapeutische Verfahren. Ich versuche auch die Entspannungstechniken für meine Patienten mit einzubeziehen, einfach deshalb, damit sie ihren Alltag besser und leichter gestalten können. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse an Fantasiereisen und Meditation wecken und würde mich sehr freuen, Sie im Seminar begrüßen zu dürfen. Ihre Petra Wendt.